Ja, du machst halt selber super, komm mal her. Ja, du machst halt einen guten Dressman, ist nicht schlecht. Fünf Teamfahrer, fünf Teamfahrer am Hause, Klepto, alles war von Models und schon die zwei Stunden, von drei bis sechs schon alles dabei gewesen. Geil, ist gut. Probier das nochmal in der Größe an, dann nochmal in der, aber das sitzt. Ja, ist halt.